Start! Jetzt muss der Glas hoffen, dass der Mario das Brennen gewinnt, damit der Seiten 2. Platz verteidigen kann. Der Warnungsgewies ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mario das gewinnt, aber sehr hoch. Er hat sich jetzt schon für nur von 4,4 Sekunden rausgefahren. Er hat schnell zu rund 9,6 km lang gerade eben gefahren. Von zweiter Stelle liegt er hier in Köster, das weiße Auto, das wir jetzt gegeben haben. Er hat mittlerweile die Kusskummer, das ist der Grundstück auf dem Mario. An dritter Stelle der Oliver Bloch. So, auch der Glas hat jetzt mit 9,6 km lang gefahren. Das ist die schnellste Zeit. Das ist die schnellste Zeit. Das ist schneller als Mario. So, wir müssen die Karambulage nehmen. Jetzt ist der Olli beim Bloch auf dem Platz zurückgefahren. Der Olli ist ja das Auto mit der Oranischen Schnauze, das jetzt in der Schichtanen sich befindet. Da liegt der Olli sich auf dem Helfer. Điềuнич. So, so. So, so. So. Hier kommen gleich hin. Jetzt. So. 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 Die Brüderstelle bietet Klaas und Olex 5,2 Meter hinter den Lenz. Das ist 4,5 Minuten. Gebäude von Lenz. Sie nehmen eine dritte Bauchstelle. Hier der 1. Die Brüderstelle bietet Klaas. Die Brüderstelle präsentiert er. Die Brüderstelle mit dem der Stilleblablabkaufs. Die Brüderstelle schaue Verbesserungsmuster an. Die Zeitnummer ist der Hitler-Jens-Foster, das zweite Parkteil. Die Bereiche von Hitler-Jens ist der Klaas mit dem Brennenspann im Auto. Der Klaas mit Pantel jetzt macht. Ich habe gerade die Familienvorsprung noch verlössert. Die paar Stunden laufen jetzt. Das ist eine Veränderung für den Rücken. Die sind jetzt mit dem Rücken. Sie sind jetzt mit den Klaas. Die sind jetzt mit dem Rücken. Die sind jetzt mit den Rücken. Die sind jetzt mit den Rücken. Wir laufen jetzt. Marco, es war hier schon im Rutspiegel. Es ist klar. Man drückt prächtig. Das ist auch schon im Rutspiegel. Achtung, jetzt seht ihr Flügel da auf dem Dach. Vorsicht auf der Garten. Auf die Räder gestellt. Ganz schneller als der Helfer. So, der Laufe ist beendet, ihr seid alle fertig. Gewonnen hat der Marco vor den Jens, den Marco und den Lars.